Mein Freund, Trottmann hier. Ich will, dass ihr dieses Horn behaltet. Ich bin sicher, dass wir improvisieren können, um es in unseren Plan einzubinden. Ich bin etwas besorgt über das, was Chaos Schien zum Angriff auf das Rotkammgebirge gesagt hat. Wir wussten, dass ein neuer Angriff aussteht, aber wir haben uns um mehrere Tage verrechnet. Kehrt mit dem Horn zu mir zurück. Wir werden hier in Meiselgriff weitersprechen. Versucht, eure Verkleidung nicht zu verlieren. Ihr seid mit eurer verdeckten Arbeit noch nicht fertig. Ich hatte nicht damit gerechnet, einen Gegenstand wie diesen erhalten zu können. Unsere Pläne werden dementsprechend geändert werden. Ziehe den Ehrenfreund.